zurück auf unsere insel stamina ist eigentlich wenig gesehen gehabt daher erst mal die hp weiter steigern inzwischen gibt es sogar noch mal ein update deshalb mal schauen ja neue dächer sind auf jeden fall interessant sci-fi war sie ist sehr sehr merkwürdig und wir haben schwer warum nicht brauche ich auch ab und zu eine pause warte ist ja ja so zu bespannen nebenbei kommen wir dann angeln oder wie das ja aber wir können uns zumindest hinsetzen fehlt eigentlich noch ein tisch wir haben immer noch nicht hier richtig angefangen das zu machen aber da wir jetzt noch ein so ein ding uns fehlt ich bin hin und her ist nicht eigentlich will ich jetzt sagen schauen wegen der pyramide pyramide wäre vielleicht ganz interessant noch ein bisschen was das ist sehr gut gab es ein update dann funktioniert auch so was merkwürdigerweise bevor das in den tag zukommt irgendwie machen die zwei hier nichts aber so ein toaster funktioniert ja wir machen das schon irgendwie was hübsches das sieht hier nicht allzu schlimm aus das ist vor allen Dingen nützlich aber da meine ich hier noch so ein komisches ding brauchen oh gott irgendwer da sollte und ja was verjesse was verjesse hm vor allen Dingen vor allen Dingen wirklich fast vergessen erst mal das ganze Zeug was wir hier nicht brauchen weg was ist einiges dann kann man hier noch direkt die neuen sachen könnte interessant werden könnte wirklich interessant werden sondern wegen den maschinen dann am ende bauen wir in der luft und wir können in die insel jetzt feuchschalten ne noch nicht wir haben noch nicht genug wir sollten wasser eigentlich sammeln können 5 minuten nur das warten nachher können einfach so eine ende aber vorher er sollte mir reparieren mut mut könnten ja auch eigentlich eine einfache insel vielleicht machen wir dann schauen wir in den dungeon rein wer weiß also wenn wir ihn finden nicht na kann leider erstmal Schwert anlegen der Dungeon wird da oben oder da unten oder ist die Insel gehen wir mal von geradeaus mal gucken das so gewolltes das ist ein sehr interessantes Erzvorkommen ist auf jeden Fall sehr interessant aus wie so ein der Berg hat einen Pickel an der Seite gehabt ja ja der Berg hat einen Pickel ja hier sieht man das nur besser der Berg hat definitiv einen Pickel und was für einen Dicken oh das ist doch nicht gut warum warum ist der jetzt ist nicht schlimm komm mal auch hier hoch also ja also ja ähm die Wölfe haben wir ganz gut hinbekommen damit haben wir auch ja die nächste Stufe der Pyramide recht fix wie ich hier geradeaus wenn wir dann zum Dungeon kommen muss ich mal reinschauen wie das ist die fliegenden Insel und die fliegende Insel äh das war knapp aber die Richtung stimmt mal schau scheiß Schamane echt Mann so sollten wir was futtern da ist der Dungeon und gelandet Speeding Trial Beginner um ok Speed Tension I order of I order of speed if you ale able to get fast ok power turn in ooh cool so und so here we Ja, wir haben die nächsten Dungeons geschafft. Scheinbar, ich glaube, es ist gerade verpackt. Ah, jetzt. Ja, also Kampf-Dungeon, Kletter-Dungeon und Speed Dungeon haben wir jetzt kennengelernt. Ah, jetzt geht's. Irgendwie wollte ich es gerade nicht. Weg auf, Selektivalli-Brett-Seats. Experimental-Rika-Kidee-Beans. Experimental vor allen Dingen. Okay. 135. 150. Ist alles so, ist okay, aber nichts, was ich jetzt sagen würde, dass es so muss ich haben. Wir haben es geschafft, oder was soll's. Ich hätte es schlimmer erwartet, wenn ich ehrlich bin. Oh. He-Heh. Also, ja, will ich haben. Wenn ich aber Rio haben will. Eirenbohr. das ist irgendwie unten ist jetzt weg 90 das ist eine spitzhacke das ist halt eigentlich nicht besser der ist es uninteressant für uns eigentlich müsste ich sagen ich mache es dem bogen weg du hast ihn halt überhaupt nicht du hast noch einen deutschen schlieren kann man gar nicht nutzen gerade nicht dass irgendwie ein schwert ein schwert mit dem dachmann ist auch sieht mir cool aus Ich weiß jetzt was ich eigentlich auch noch machen wollte Ja, Speed Dungeon geschafft Schauen wir erstmal nach Hause Wir haben ja eh jetzt ein bisschen was in Waffen Kleinigkeit oder so Das war jetzt glaube ich auch ein Genau das war auch ein Boss Oder ein Gegner Die kriegen wir sogar klein Ich habe mich jetzt irgendwie nicht erwartet Ähm Der war jetzt leichter als erwartet Viel leichter als erwartet Mich würde halt auch interessieren Was doch eigentlich ist Wie auch immer ich das jetzt weg geschmissen habe Ich muss was aus Versehen in der Absicht Ähm Ich bin Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen so auf in die lüft und jetzt schauen wir mal weil ich bin ja neugierig von haus aus das ist überall anubis drauf eine platte also maximal von 20 das ist es total egal wo wir es machen das damina bräuchte eigentlich so viel wir haben ja noch eine ja wir gucken bei der aneinander tut mir leid ich weiß ja nicht dass du überall bist ein guter schick ist es schon und dessen toten kopf sich jetzt ist es ist ein kleiner toten kopf zu süß so wir wollen runter es ist eigentlich noch ein paar geräusche hier aber es ist gut zu wissen sehr gut super es hätte ja auch was anderes sein können wenn überall anubis ist es auch egal wo wir eigentlich wohnen scheinbar also wo wir unsere base aufschlagen am ende nehmen wir eh so gesehen die letzten inseln die wahrscheinlich von der größe am größten und von den materialen her der effizienten letzten für uns sein werden damit haben wir vier und ja das war voll nein das ist eigentlich der sieht so toll aus aber ja können wir schon noch nicht anlegen oder doch mal gucken irgendwie wollte das hier von uns nicht die lx verkaufen verkaufen ja das ist ja das ist ja auch nicht die lx verkaufen aber das ist ja auch nicht die lx verkaufen ja das ist ja auch nicht die lx verkaufen ja das ist ja auch nicht die lx verkaufen ich bin überhaupt nicht mehr gesund ja das ist ja auch nicht die lx verkaufen ja das ist ja auch nicht die lx verkaufen ja das termine hat sich definitiv verbessert und runter geht's das ist ja auch nicht die lx verkaufen 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 der hätte haben wir schon das ding haben wir noch nicht brauchen wir Stroh und ein Zahnrad Zahnrad können wir hier hin und Stroh haben wir das ding breeding ist eigentlich hier aber sie er sieht merkwürdig aus die sehr merkwürdig ich kann so hinstellen aber jetzt halt nicht. So gesehen müssen die eigentlich automatisch dass wir hier, ich weiß nicht, wie ich die Tiere da hinbekomme. Wir werden es schon sehen. Okay, fünf Minuten sind sehr lange. Deswegen muss man denn hier, also man muss die Insel wohl aktiv halten dabei. Was haben wir denn noch so im Angebot? Die Torch, die prägt erstmal nichts. Die Bell haben wir schon. Was müssen wir eigentlich haben? Die haben wir. Aber die haben wir eigentlich auch nicht irgendwie. Wir hatten keinen Nutzen dafür. Wir brauchen Batterien. So was von Batterien. Die Pyramide könnte man ja als upgraden. Die haben wir ja genau hier. Ist ja auch nicht übertrieben hier. Ist nicht übertrieben die Pyramide. Nö, nö, nö. Drei von zwei. Eins von zwei. Pippenholz. Habe ich mich nicht reingebaut. Nö, nö. Ganz normal. Das ist die Frage, haben wir noch welche? Nö. Nö. Nuppe. Wir haben so viele Kästen. Wir haben so viele Kästen. Keine Ordnung. Ich hätte schwören können. Boah. Und zum Thema, wenn wir schwören können. Einfach mal eigentlich ziemlich sicher, weil wir noch Zeug haben. Aber da wir eh schon wieder auf Überlänge sind, das war es erstmal. Wir haben so viele Kästen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020